So, Jungs, herzlich willkommen zum dritten Part von unserer Road-to-Commander-Serie. Juhu. Juhu. Ich lieg hinten. Ich muss aufholen. Ja, er liegt wirklich ganz schön hart hinten. Hart hinten. Wir sind durch mein Spiel. Natürlich sind wir unvorbereitet, aber haben wir uns erfunden. Der direkt in eine noch nicht laufende Lobby reingekommen hat. Ich muss dann noch synchronisieren. Ach so, ich synchronisiere jetzt am besten. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Gut. Ich kann so gut synchronisieren, ey, das glaubst du. Ich bin deutscher Meister im Synchronisieren. Ich bin ja richtig gut, ey. Ich hab in der Bundesliga gespielt, also synchronisiert. Und irgendwann hat dann mal der Trainer gesagt, weißt du was? Er hat mich angerufen und hat gesagt, hier, morgen ist EM im Synchronisieren. Und wir brauchen noch einen. Und ich hab gesehen, du hast gute Leistung gebracht. Bis nicht mal mit synchronisieren. Boah, da war ich erstmal überwältigt. Und dann... Ja, das ist schon was anderes, so für eine Nationalmannschaft zu synchronisieren, das ist... Puh, je, ey. Herzlichen Glückwunsch an meiner Seite. Danke, danke. Kein Ding. Also, ich mach's ja auch gerne. Respekt. Respekt an die Synchronisierer da draußen und vor allem auch an dich, ne? Ja, ja, danke dir. Muss man irgendwie schauen, Mann. Du hast es schon was zu was gebracht im Leben. Ich habe gar kein Obfropfen. Ich schon. Ich in der nächste Runde. Ah, 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 ah. Ich kann, ich tue, ich tue aus, äh, ich tue aus. Och was, och, 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 was. Ich hab den, mit der Schöpfung. Ha! Hab ich ihn. Nein! Durch die Wand wie ein, wie ein Lutschgesicht. Ein Rund wie ein Lutschgesicht. Ja. Ja. Na, na, na. Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na. Na, na. So, hier ist noch, no. Wo ist er denn, ist er oben? Was? Ich brauche unbedingt hier dieses, 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 dieses Zulächter. Dieses ein oder ein, muss ich mal, ich hasse, ich hasse ihn so sehr. Ich auch. Habt ihr den? Ja, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Oh, was? Schon hier? Oh, ne, ey, meine Güte. Du, mal mit dem Schlachthof, ey. Ja, ich bin Indianer. Nee, du bist ein Missgeburt. Oh, Gott. Den hätte dann mal rausfallen können. Okay, komm, sie da? Aber, ja, ich bin schon wieder zum dritten Mal durch die Scheißwand. Alter, jetzt bin ich nicht negativ hier, oder? Das ist noch Hacker. Ja, ich auch, Alter, ich bin richtig schlecht. Das ist übrigens auch in der ersten Spiel natürlich logischerweise. Also, na, ja, so logisch ist vielleicht nicht. Ey, ich bin halt 2 zu 5. Ich bin 2 zu 5. Boah, was? 50er ist history. Oh, schon. Oh, was ist denn hier los, wie wenn Ultra zervögelt? Was? Alter, mach den Collateral. Alter, der hackt. Ja, nee. Nee, 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 nee. Oh, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. das ist aber das ist wirklich das ist einfach schlecht wie die hier spielen muss man einfach sagen das hat nichts damit zu tun ob man über gut ist oder ob man einfach glück hat das ist einfach nur so spielt man nicht wenn man gut ist also spielen nur spaßen spaß die spielen durch was die ist auch ist die seit diesem wie soll ich denn hier eine zweierkarte kriegen wenn die so viel spiel fragt mich mal ja es ist fragwürdig wie ich überhaupt aus dem spawn rauskommen soll das ist fragwürdig hackt da draußen eigentlich gerade jemand holz ein bisschen so ey die ganze zeit okay jetzt bin ich woanders gespawnt jetzt ich nehme mal das kann doch nicht sein ja sie kommen halt regelmäßig zu uns in spawn und zügeln das ist einer von uns kennen die namen nicht früher angezeigt werden ach sie sich so zum heulen manchmal der alter das hast du jetzt bist du auch noch hast eine bessere karte als ich oder seine drohne watch out ich habe ich ich habe ich hey lasst mir doch mal ja oh man scheiße aber jetzt haben wir sie langsam wieder ein bisschen zurückgedrängt zum glückten ob jetzt schlag oh 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 jetzt oh 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 leute ich könnte so heulen ich bin auch behindert ey behindert ohne witz behindert bin ich ne minigun also ich hab'n geschützt mitgenommen ich bin auch ein geschützt mitgenommen also ich hab'n sogar auch mitgenommen ne jetzt kann man da um nicht hin was wie das ist ja völlig unmöglich ey der hackt ohne witz ey der hackt wirklich also der hackt wer denn der eine sniper mit der balliste ja das sagt er hat mich ganz ziemlich krass einfach durch die wand ohne dass er irgendeine vorhanden hatte naja kann nur ecken ja das kann ich so ein behinderter alter positiv ex-game-age warum bist du ja wir fassen das kann gar nicht sein ich weine aber im moment schätze ich sieht so aus dass wenn die vorne liegt da er eine bessere KD hat und wahrscheinlich auch mehr Punkte pro Minute weil die waren so nah beieinander da muss ich mich ein bisschen anstrengend jetzt anstrengend oh Gott das war für die Statistik die Statistik der Quoten aufstoß auf aufstoße also wenn man das als rücks bezeichnet dieser und einig ich hab' ihn oh was zum Glück ey das war ein bisschen lucky aber hü-hü oh ey der hat eine Mp7 mit Vollmantel geschossen richtig gut bitte Vollmantel ist richtig wichtig richtig wichtig ich will diese Mp7 ich will sie essen damit ich sie für immer in mir habe bitte der war so drauf ey das ist eine Shotgun selbst wenn es nicht ganz genau drauf war Spray das Ding wie Scheiße und ich müsste es halt oh ist das nervig oh Gott da oben ist einer bei uns ne mh nee eigentlich nicht ich bin da drin stimmt das da oben mh nee ah na hier so ne kule Mp7 oh genau da trau ich mich raus da traut er sich raus ja ich muss die Mp7 wirklich mit Vollmantel im Beschoss spielen wenn ich sie irgendwann freigeschaltet habe weil da ist sie ganz gut Röntgensicht hab ich bekommen weil ich zehn Leute durch die Wand gekillt hab oh mein Gott ich bin kurz vor Droner ich hab die Droner wie sie alle ankommen und sich wegballern lassen ist nett ist echt nett von euch Jungs aber wenn er ja 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 ohr war es besser meine Statistik jetzt kann ein bisschen aufgängig sind er hat dieses Prozent dieses Blinderüberwacher oder so und es kotzt mich an da oben ja genau er ist glaube ich nicht logischerweise auch kommen die einfach einer war als er weggennt jetzt lassen da sind heute also auch erst mal das glaube ich nicht nein mal er ist ja ich sporn direkt schlopter sohn hurensohn ist der lmg mit von meinen teammates sie so locken mich auch die ganze zeit ist ich bin doch so positiv ich nicht mal ansatz hey hast du hochholter und wollen und sportlich sicher nein ich hab da die gute mp7 aufgehoben ich musste die mp7 um ihn zu machen wie er wird griffvollmantel und ich hasse es ich hasse es so sehr ich auch die um zwei Leute sind um uns zu verabschieden bis zu 1.2 das ist dies die Stasi 2 0 ist so 2 0 und hier war ein Messertyp ist ich hab ihn doch bis er in Ruhe ja super oh nein 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 Ors ist ekelhaft er ist er in 7 Crank das ist der Schubste der killt einen so schnell eigentlich unmöglich also eigentlich ich war hat sie immer gesehen ich hab natürlich auch noch ein Scheinlampfer auf meiner Webseite es kann ja getrieben in den in den in den in den in den wahren macht selbst Mordhilfe der der hätte er dieser Sniper hackt ohne Witz der die guckt durch die Wand und drückt einmal ab und hat mich das war doch bei dir auch so ja genau Kassell der erste Hacker den wir gesehen haben in Black Ops Uau die Hälfte er ist er weiß es nahe wenn ich nicht mit dem bieten Re spelich jetzt rausgehe es ist klar das ja oder mit alle stelle ich hier guck ich auch der stelle ich guck 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 das ist nach guck 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 das Gericht ja mein Alter nun weil sich die schweine hat anlösend undiliere was man ausgehen oder dass der Lobby die Redaktion wir müssen ja sowieso an die Säge dabei ich werde mir jetzt auch ein Urpfropfen, ah nein, der liegt sogar neben mir, ich bin einfach nur zu dumm ihn zu nehmen so übrigens wird der Urpfropfen eingeführt ich muss zwei Sachen loswerden und zwar werden wir jedes Spiel aufnehmen, das wir spielen und ich entschuldige mich dafür dass ich die Folge die zweite, jetzt geh mal raus dass ich die Folge nicht mehr hochgeladen habe also die erste Folge vom Road to Commander nicht mehr hochgeladen habe wollen wir das spielen? nein, ich weiß nicht das sind so viel Spaß das habe ich nicht mehr geschafft, beziehungsweise ich war eigentlich schon am hochladen aber mein Firefox ist abgestürzt beziehungsweise es hat sogar hochgeladen ich sage tausendmal, beziehungsweise fällt mir auf egal, es hat sogar hochgeladen aber es kam eine Fehlermeldung als ich nachgucken wollte, ob es fertig hochgeladen hat und zwar war Firefox zu dann habe ich es geöffnet und dann kam eine Fehlermeldung ups, das sollte nicht passieren blablabla folgende Tabs wurden geschlossen YouTube-Videos hochgeladen 0 von 1 und da ging ich davon aus dass es nicht hochgeladen wurde habe natürlich auch nicht nachgeguckt der Fall ist klar, dass es im Gegner Team einmal wir nicht her er sagt die da kommt dass Geld er ist nicht nur die Spitze Rage Rade H da haben R Kumpel R die behinderte Schüttel sie haben ein so ist jetzt unbedingt mein mein Blitzschlag und morgen Geschütze reicht jetzt aber auch die ganze Zeit mir vor der Linie um zu entniet vor allem ich habe eingetötet ich freu mich mit schnitzel und ich die das hinlegen blockiert ist und ich nicht weiß naja weil du vor der stadt nein weil ich nicht mehr vor etwas stand sondern meine kämpfe in etwas hingehen auch ich habe es so viel und genau in dem moment entscheide ich mich natürlich meine näher der eine hat sie geholt mit dem ja jetzt ist hier er ist doch nicht lustig der doch der doch zielsucher dieser er ist irgendwie spielen sie gerade wirklich die letzten kack so kack so wie ja ich war eben schon wieder nö ich ne mit A1 nö er läuft da gescoped rum aber den krieg ich komm 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 was das Auto geht nicht hoch irgendwie ist das Spiel grad scheiße ich weiß nicht aber vielleicht hast du dich ja einfach das hast du nicht ja irgendwie hab ich mich wieder gegen den GG die Pro man sieht er hat eine Leiche in mein Gesicht fällt ich habe eine L-Sat aufgehoben jetzt geht's los die L-Sat spießt also auch die hat die wenigstens kein Zielsucher er hat er vollmantel und Griff das heißt es ist total beschissen weil damit kann man nicht um Ecken gehen und sowas da nein nein komm ich war so auf seinem Kopf ey das könnt ihr mir doch nicht erzählen ich bin schon wieder nicht mal nicht der so negativ ich bin schon wieder nicht positiv ich bin mehr okay ich brauche irgendwas irgendwas anders hier obermann halte ich einfach absolut schlecht mehr ja ich aber auch dass die Kälte an dass wir jetzt gerade immer sein gefangen haben und jetzt schon drei Tage Pause haben bestimmt drei Tage da wird man nicht unbedingt besser aber ein wird wenigstens nach dem ersten Spiel denkt man besser aber nein wird man auch nicht das heißt es ist einfach alles ja es ist so lächerlich ist es einfach ich würde vor allem bei C sind sie nicht ich habe auch was ich bin hinter mir weg die Sau oh was es leckt ja es leckt sehr gut du hast ein Colt perfekt ich bin Colt Colt kommt der nächstes Mal um die Ecke Achtung da lauern sie auch ganz gerne um er war eigentlich ein theoretisch wenn ich nicht stark eines der knell so auch weiter reflexes und was wenn man so eine kommt schnell kann schnell ja warte, ich komme von der anderen Seite oh shit, alter, man zwei Leute, ich hab sie abgeholt Blitzschlag und Minigern oh fuck, wie ich den Blitzschlag rauskriege ey, ich kriege aber auch nur auf die Schnauze von dem Franzosen, ey ne Drecksfranzsacke, alter, ich das ist ein bisschen zu fass weil weißt du, dass der Franzose ist meine, die in seiner Visitenkarte ja, oh mein Gott, ich bin so dumm, ich will nicht mehr oh scheiße, wie du doch Minigern, mach sie kaputt ja, ein geschütter Schuss ja, ich wurde gefördert oh nein, oh nein ey, was, ich steck aber auch so schnell ein ich weiß nicht wieso ha, da wollte er mich messern nicht so bitte oh Gott, ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, dass ich hier nicht die Bude voll schreie nö, kein Ding, mach ich bei sowas zum Beispiel, alter oh Gott es ist so lächerlich oh Gott ich hab auch gut also oh, wie da hinten einfach ein Spastis ist wollen wir das einnehmen, warum sind da ich nur oh mein Gott riecht ruhig weiter nur hier beide ey, ich glaub's nicht was mach ich denn falsch alter ja, wir sind halt die einzigen Opfer hier, die haben bestimmt ein Auge über so'n Scheiß ja, ich glaub schon ha, da hab ich oh ja, genau oh mein Gott ey, das kann ja wohl nicht wahr sein was ist denn das für ein trotz hier äh, ja oh, guck dir das an oh Gott ich hab noch gar keinen Clan-Tech das bin ich, oder, ne, bist du nicht oh, so schlecht einfach, der Fanny-Clan und dann sind sie gar nicht so überragend ey, mann Mano, wollen wir uns irgendwo ein kämpfen? ja, lass mal machen, wir dürfen das für ein hier runter oh, halt dich Alter, was ist denn los bei denen? die kommen hier rein und dörten die Lobby voll was ist denn das? die dörten, die einfach voll Achtung, da hinten steht einer ja, ich hab ihn kurz gehirrt, kurz gehirrt oh, was? ja, der Franzose einfach ach, oh, Gott ich hab eine wirklich eine chronische Abneigung gegen alles, was aus Frankreich kommt da kann ich es ist jetzt hier, es hat nichts damit zu tun, dass ich Nazi bin ne damit hat es außer zweiter nichts zu tun nein nein, also Spaß beiseite ne, ich bin nicht kein Nazi aber wenn wenn diese wenn diese Franzacken ankommen und mir das Spiel zerstören oh, Gott ne, dann hab ich darüber weil, da hab ich kein Verständnis dafür heißt, ey, Fanny ein Nesquik ja oh, Gott, ey ne, das sagt doch schon alles aus also gut, okay, mein Name auch, aber ne, mein Name eigentlich nicht, weil eigentlich, eigentlich nicht ja, da krieg ich nen Drecksis aber es kann nicht sein, Mann oh Gott ich will wieder einen Gegner töten da war einer hehehehe ne, das ist nicht ne Folge für ein Arschierer, oh Gott ich habe nur Whats at Nacht, komm ich bin Fame übrigens ja übel ich muss damit kompensieren dass ich nicht fänden vorwärtserraten für sich auch mehr schafft auch was nein 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 ich bin schnell nein auch das doch scheiße da sind zwei Leute wenn es ist ja ja ich weiß sagte doch dort gehört jetzt muss ich nicht unbedingt aufholen weil sonst stets 3 zu nicht in den verliebten hatte wenigstens beckenthalte auch jetzt geht es ja aber los hier ich will eine Acker ich hatte er Acker ein Acker ein der Städt scheiße ich habe sie sich also sie einfach mal genau ich bin auch positiv aber trotzdem bin ich scheiße verstehe ich nicht wie du das schaffst ey manch manchmal frag ich mir das auch tief in meinem herz oh dieses kack dieses diese diese zielunterstützung da für den controller oder generell halt allgemein konsolen kotzt mich so an wenn du dich halt ausnahmsweise nicht für den entscheidest der an dir vorbei rennt und ich gar nicht gesehen hat sondern für den der der genau genau auf dich zu rennt und du dich dann doch für den anderen entscheidest und das ist scheiße und dann verfolgt die des fahren kreuz trotzdem noch den den du eigentlich gar nicht willst sondern den anderen längst dann kriegst du kein von beiden und das ist einfach so bitter und belastend es ist einfach ach man das ist doch scheiße fanny ein pizza ich meine ja fanny ein nesquik jetzt fang noch an zu schneiden er macht wirklich alles um sich unbeliebt zu machen bei mir und wie der host auch immer wieder aus aus deren reinkommt das ist das ist einfach nicht zu fassen ich hab dich gesehen ach ne das war einer von uns boah ich bin auch so scheiße und hab keinen Schallnämpfer ah er hat ne Hitmarker gekriegt und der wechselt auf die Pistole ist dein ernst du bist halt immer der Einzige der getroffen wird neben den zwei anderen es soll ich dein ernst mann das sind doch ich mag es einfach nicht im Magnet das sind das sind auch halt die Franzosen fanny ein pizza ich weiß ja auch nicht ob er irgendjemand scheiß was zu dir ist ja jetzt bin ich wahrscheinlich noch hinter benni was mich doppelt negativ stimmt fanny ein bacon der ist wenigstens vernünftig und zeigt nicht jedem uhrensohn dass er Franzose ist oh Gott ich hab noch ne das war gar nicht ich mit der 2 war ich dachte schon ich bin level 15 toll toll ich brauche unbedingt eine bessere ähm assault rifle was gibt's denn so als assault rifles im Moment nichts die vorgibt es mit level 2 und 2 und so 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 ich hab natürlich noch kein mit griff für die mp7 aber es bringt auch nicht viel aber ich nehme es rein ich hab ja sonst nichts was ich wenn ich glaube ich nehme geschützt die primärwaffe kriegt dann erst ab 22 Uhr wenigstens sind die ach so bei dem sie die Folge beenden also ja okay tschüss tschüss tschüss